Hallöchen und herzlich willkommen zum ersten Video einer ganzen Reihe, hoffentlich. Wenn ihr euch fragt, wer ist die komische Tante hier auf meinem Bildschirm? Hi, ich bin die Maike, ich bin 20 Jahre alt und ich bin demnächst Auszubildende hier bei der Bayreuth Marketing und Tourismus GmbH. Ich werde ausgebildet zur Veranstaltungskaufrau. Und ich darf während meiner Ausbildungszeit hier einen kleinen Vlog führen. Das heißt, ihr werdet mich noch öfter hier sehen. Ich werde euch ein bisschen erzählen, was ich hier so den ganzen Tag treibe, was vor allem die Bayreuth Marketing und Tourismus GmbH so treibt. Weil ich glaube, die meisten von euch wissen gar nicht, was wir überhaupt sind, was wir so machen, dass es uns überhaupt gibt. Aber wer so ein bisschen mit offenen Augen vielleicht durch Bayreuth läuft, der wird der BMTG auf jeden Fall mal über den Weg gefallen sein. Denn wir sind eigentlich fast überall. Man kann uns eigentlich gar nicht verfehlen. Spätestens, wenn ihr jetzt am Wochenende auf dem Bürgerfest seid, werdet ihr uns wieder sehen, denn das organisieren wir. Und auch beim Sommernachtsfest werdet ihr uns ganz oft bestimmt treffen. Ich selber hier bin aber beim Innenstadtmanagement. Das heißt, ich mache viele Projekte mit, die mit der Innenstadt zu tun haben, vor allem auch mit den Händlern zu tun haben. Und gerade bin ich hier noch über ein Projekt, das ihr vielleicht auf unserer Facebook-Seite schon mal gesehen habt. Nämlich dem Model-Wettbewerb am 19. August findet nämlich auf dem Marktplatz wieder die Fashion & More Show statt. Und wir suchen wieder Amateur-Models. Das heißt, wenn ihr mal Lust habt, selbst auf einer Modenschau mitzulaufen, ihr braucht auch überhaupt keine Erfahrungen, überhaupt kein Problem. Ihr lernt das alles. Da dürft ihr euch gerne bei uns bewerben. Und wenn ihr vielleicht noch nicht so viel Lust habt, dann seid gespannt, denn ich bin gerade noch über einem Video, das euch hoffentlich das Ganze ein bisschen schmackhafter machen wird. Und dann dürft ihr mir gerne ganz, ganz viele Bewerbungen schicken. Wir freuen uns auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich nehme euch die ganze drei Jahre jetzt ein bisschen mit auf den Weg. Zeige euch ein bisschen was. Genau. Und heute fällt der Startschuss dafür.